hallo meine lieben alles gute zum valentinstag und ich hoffe dir geht es gut hier an diesem tag egal ob du jetzt hier single bist oder gebunden mit jemandem ich feiere mich heute selber oder beziehungsweise habe jetzt gerade hier ein bisschen zeit und bin jetzt hier im tibitz das ist hier so ein schweizer vegan vegetarisches restaurant irgendwie und feiere hier den tag und ich feiere dass ich ganz gut single bin also natürlich fällt einem ja auch mal die decke auf den kopf das ist natürlich ganz klar das kennen wir alle aber immerhin ja ich feiere einfach heute für mich so und ich hoffe das tust du auch vielleicht wenn du alleine bist dass du dich selbst feierst indem du auch anerkennst dass du eben nicht ich finde es nur um nicht alleine zu sein dass du erspürst ganz schnell wenn jemand hier nicht richtig zuhört ich gar nicht richtig kennenlernen will sondern nur so tut als würde er gerne dich kennenlernen oder sie ja gibt ja auch viel wo einfach viel auf äußerlichkeiten gelegt wird und gar nicht so sehr auf das worauf eigentlich und das ist so was von diesen ganzen spielchen und diesen ganzen manipulation und sämtlichen ich brauche jemanden gut oder so halte ich absolut abstand mittlerweile in meinem leben und das feiere ich heute das ist so mein valentinstag mit mir selber also ich date mich selber habe mir hier ein ordentliches mittagessen drauf geschaufelt und habe hier einen tollen saft und mag mich selber soweit und das ist wichtig und ich glaube was auch immer kommt im leben es wird auf jeden fall heute ein schöner tag und alles wird gut ja also ich drücke dich also vielen herzlichen dank falls du meinen kanal schon kennst und auch meine legungen schon kennst meine videos meine musikvideos ich mache hier gesang und auch ja orakel und sowas für euch halt dann genau bleibt weiter dabei ich freue mich total auch über ein like und über ein abonnement und so und vor allen dingen wünsche ich dir ganz viel glück ganz viel liebe und ganz ganz viel auch glücklich sein einfach mit dem was gerade ist ob das jetzt als positiv dargestellt ist oder empfunden ist oder auch nicht ja okay halb voll und nicht halb leer ich drücke dich dankeschön